Gamen Oh, so Gamen ist gleich langweilig. Ich möchte viel lieber raus auf einen Spielplatz. Es hat keinen richtigen Spielplatz gehabt. Darum bin ich auf einen Baum und ich kletterte. Hier solltet ihr einen neuen Spielplatz herkommen, damit wir spielen können. Hier kommen viele, viele coole Sachen her, aber die kosten sehr, sehr viel. Damit wir das machen können, brauchen wir ein bisschen von diesem Sparsäuli. Ich habe mir schon ein paar Sparsäuli gegeben. Bitte, bitte, gib mir das. Schau, es ist schon leer. Lokalhelden.ch – Ein Engagement von Reifisen.